Hey Krypto-Freunde, es ist wieder so weit. Hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant und hier sind die täglichen Krypto-News. Täglich 19 Uhr live die Premiere dieser News auf meinem YouTube-Kanal und natürlich dann immer wieder den ganzen Tag zum Nachsehen. Wir haben den 1. Januar. Happy New Year an alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und ich wünsche euch allen, allen der gesamten Community ein wunderschönes, wunderbares Jahr 2023. Viel Glück, viel Gesundheit und mögen all eure Trades positiv enden, Leute. Das wünsche ich euch wirklich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Jetzt geht es aber los rein in die Krypto-News. Auch heuer natürlich wieder jeden Tag im Jahr 2023. Ich habe es mir fix vorgenommen. 19 Uhr live am Start der Biti mit den Krypto-News. Ich hoffe, ihr seid immer mit dabei. Vielen lieben Dank an diejenigen, die wirklich immer mit dabei sind. Gleich mal vorab, herzlichen Dank für eure Treue. Jetzt aber gleich los ins Vergnügen. So, los geht's. Australien, der erste Artikel im Jahr 2023. Premiere. Na, los geht's, Leute. Jetzt mal wirklich. Australien überholt El Salvador immer mehr Krypto-Geldautomaten in Australien. El Salvador ist auf der Liste der Länder mit den meisten Krypto-Geldautomaten nun um einen Platz abgerutscht. Man glaubt es kaum, da Australien in den letzten Monaten immer mehr Automaten aufgestellt hat. Super News, Bullish News und mit denen fangen wir natürlich gerne den ersten Tag, die ersten News hier an im Jahr 2023. 2023. Zweiter Artikel. Krypto-Winter wird 2023 nicht enden. Und da ist schon die Klatsche dazu zu den Bullish News. Gleich die schlechten News. Bitcoin-Befürworter David Marcus mit einer düsteren Prognose. Schauen wir uns natürlich mal an. Hier ist er, der David Marcus. Und er meint hier, wir werden mindestens bis 2024 brauchen, bis zum Halving. Wir wissen es ja, 2024 soll das Bitcoin-Halfing stattfinden, um sich von dem Missbrauch skrupelloser Akteure wieder zu erholen, wie ein bekannter Name aus der Branche erklärt. In einem Blog-Beitrag vom 30. Dezember hat David Marcus, der CEO und Gründer der Bitcoin-Firma Lightspark, die Bullen mit seiner Aussicht für die nächsten Jahre enttäuscht. Marcus sagt hier, Krypto-Winter wird wahrscheinlich bis 2025 andauern. Sogar über das Halving hinaus. Keine zwei Monate nach dem Zusammenbruch von FTX drücken die Auswirkungen, die Stimmungen und die Kursentwicklung natürlich. Marcus, der zuvor bei Meta und Paypal tätig war, glaubt, schlechte Akteure müssten dafür zur Verantwortung gezogen werden. Die Auswirkungen ihrer Handlungen werden in der Kryptobranche bis weit über 2023 zu spüren sein. FTX hat er erwähnt, ja, nur ein einziges Mal, aber haben wir jetzt doch schon oft gehört. Und aus diesem Kryptowinter sagt er, kommen wir nicht heraus. 2024 auch, vielleicht noch nicht. Erst dann 2025 für den Markt wird es noch einige Jahre dauern, bis es sich erholt hat. Und das ist natürlich gar nicht mal so schön. Wenn Hodler auf ihren Silberstreifen warten müssen, könnte das die historischen Muster, denen Bitcoin seit seiner Erfindung gefolgt ist, weiter gestört werden. Nicht gut. Insbesondere Halbierungszyklen alle vier Jahre, die in bestimmten Jahren ein Wachstum mit sich bringen, könnten infrage gestellt werden. Ja, das hoffen wir mal nicht. Die nächste Halbierung findet 2024 statt. Von diesem Jahr erwartet man, dass es eine bullische Kursentwicklung mit sich bringt. Einige Leute erwarten sogar, dass der Aufwärtstrend ein Jahr früher, nämlich im zweiten Quartal 2023, beginnen wird. Markus glaubt aber, selbst wenn die Erholung länger dauert als erwartet, wird eine neue und stärkere Branche daraus hervorgehen. Ja, okay, gut. Eigentlich mal für die nächste kurze Zeit gar nicht mal so gut. Nächster Artikel. NFT-Trends und Themen im neuen Jahr. Schauen wir auch mal kurz rein. 2022, krachend abgerauscht der NFT-Markt. Okay, Haken dransetzen. Mal sagen, okay, es ist vorbei. 2023 ist jetzt da. Weitermachen, die wichtigsten Trends und Themen. Das wollen wir uns natürlich auch ganz kurz anschauen. Moritz Strat hat hier den Artikel rausgehauen. Und schauen wir mal. Die NFT-Erwartungen drosseln. Okay, tokenisierte Spielewelten. Geld verdienen beim Zocken. Das wird natürlich ein ganz starkes Thema werden. Das finde ich auch. In-Game-Käufe. Da wird sich ja einiges tun, Leute. Und Wachstum-Aussichten sind da natürlich groß. Auch beim Defi-Bereich. Und tja, Metaverse. Coming soon, das ist auch so eine Frage. Glaubt das noch irgendwer an Mark Zuckerberg, Facebook und Metaverse und Co.? Virtuelle Spielfläche ist das Metaverse Gamefee in Rheinland. Ein wahres Eldorado für NFTs, wenn es die virtuelle Realität schon gäbe. Die neuen, schöne neue 3D-Welt steckt weiter in der Konzeptphase. Bis zur Umsetzung könnten noch Jahre vergehen. Naja, wo spielt die Musik? Künstler zählten zu den Gewinnern des NFT-Booms. Sie waren und sind non-funkable token-geeignete Mittel, Werke bzw. Eigentumsrechte daran an Käufer zu bringen. Ohne die Umwege der üblichen Vertriebswege, dafür mit höheren Beteiligungen. Und ja, da habe ich auch darüber berichtet, da gab es einige Artikel darüber. Dann gibt es noch den Wachstum-Beschleuniger Social Media, was man auch davon hält. Dauerreiner unter den NFTs bleiben Avatar-Kollektionen wie die des Bored Ape Yachtclubs. Naja, Azuki und Co. dazu beigetragen haben prominente Unterstützer wie Madonna, Eminem, Mark Cuban, Snoop Dobby Dog, habe ich auch schon berichtet, die die Projekte mit ihrer Reichweite groß gemacht haben. Statisch war gestern. Durch die Möglichkeit, Eigentumsrechte abzubilden, auch das habe ich euch schon gezeigt, zu übertragen, haben sie NFTs als Anlageform angeboten. Inzwischen reichen die Möglichkeiten aber weiter. Ja, NFTs bauen ihre Funktionalität aus und passen sich den neuen Anwendungsformen an. Da habe ich euch auch schon einen Artikel gebraucht. Token Trends für 2023, das schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Mithilfe sogenannter fraktionalisierter NFTs ist es zudem häufig möglich, die Token zu stückeln und so einer breiten Masse zugänglich zu machen. Hochpreisige NFTs werden dadurch anteilig handelbar. Aber auch bei der Tokenisierung von Sachwerten wie etwa Immobilien oder Luxusgütern bieten sich fraktionalisierte NFTs an. Da gibt es ja auch schon Stücke zu erwerben von der Mona Lisa und so weiter. Also da passiert ja doch einiges. Die Überlappung von physischen und digitalen hat mit sogenannten, was für digitalen, was für ein Wort, für digitalen Non-Fungitable Token eine Schnittstelle bekommen. Das Kunstwort für digital meint NFTs, die einen digitalen und realen Mehrwert anbieten. Neues Jahr, neues Glück. Die Aussicht am NFT-Markt, heiter bis Volkig. Sehr interessant, weiter, äh, heiter, weil die Technologie Fortschritte macht, es immer mehr Anwendungen und so weiter gibt. Aber Volkig auch, weil sich das Versprechen von NFTs als Wertanlage einfach nicht bewahrheitet hat. So viel zu dem Thema NFTs und so viel zu dem Thema heiter oder Volkig. Wie geht's weiter? Nächster Artikel, das sind die fünf wichtigsten Krypto-News der Woche. Kurz zusammengefasst, schauen wir uns das auch mal kurz an. Prosit Neujahr, ja natürlich, alles Gute natürlich nochmal. Und wir gehen mal kurz rein. Erstens Binance, die Krypto-Börse integriert weitere Zahlungsoptionen. Sehr gut, ab sofort soll es möglich sein, Leute. Das ist ganz, ganz gut. Die Binance-App-Kryptowährungen über Google und Apple Pay zu kaufen. Das finde ich absolut mega. Schätzungen zufolge benutzen etwa 70 Millionen Menschen weltweit einer der beiden mobilen Bezahloptionen. Wahnsinn. Celsius, insolventer Landing-Dienst beantragt. Fristverlängerung, zweischneidiges Schwert. Der insolvente Krypto-Landing-Anbieter Celsius hat die Absicht, eine Fristverlängerung zu beantragen. Damit hätten Kontoinhaber länger Zeit, mögliche Anspruchsnachweise einzureichen. Wenn euch das hier interessiert, Celsius, schaut euch das im Artikel mal genauer an. Ich habe es euch auch schon in einen Artikel gebracht. Dann haben wir Gemini. Investoren reichen Klage ein. Dann haben wir SEC vs. Ripple. Die Behörde will Schlüsseldokument geheim halten. Da gibt es noch einen kurzen Artikel bezüglich dessen dazu. Und dann natürlich war noch die große FTX-Pleite. Ex-Alameda-CEO sagt vor Gericht aus. Das waren auch so Top News. Und dann gehen wir auch schon weiter zu diesem Artikel. Nämlich Ripple. Achtung, der 30. Januar wird das wichtigste Datum für die gesamte Branche, sagt ein Krypto-Anwalt. Warum sagt er das? Nämlich Ripple-Anwalt John E. Deaton hält die kommende Anhörung am 30. Januar für die vielleicht entscheidende für Ripple. Dies bezieht sich auf den Verbündeten von Ripple, LBRI, der die Erlaubnis für eine mündliche Anhörung seines Antrags erhalten hat, um den Zugriff der SEC zu begrenzen. Die Gerichte haben die Anträge von LBRI zugelassen und die Anhörung der Argumente akzeptiert. Rechtsanwalt Dieten glaubt, dass dies der entscheidende Moment im Ripples-Kampf gegen die SEC sein könnte. Wichtiges Datum. 30. Januar dieses Jahres werden wir natürlich noch öfter davon berichten. Werden wir natürlich genauer drauf schauen. Nächster Artikel. Wie kannst du jetzt mit Kryptowährungen im Jahr 2023 reich werden? Fünf Schritte. Ich gehe es mit euch ganz kurz durch. Die meisten werden es schon wissen, wie das Ganze auch funktioniert. Aber vielleicht sind ja einige Neulinge mit dabei und die sagen, okay, 22 Bärenmarkt, alles runtergerasselt, jetzt im Jahr 2023 in der Seitwärtsphase. Könnte doch der eine oder andere Coin, die eine oder andere Kryptowährung für mich dabei sein. Los geht's. Es ist eigentlich ganz einfach. Erstens mal, lege ein monatliches Budget fest. Da muss ich eins dazu sagen. Nie das Geld riskieren, das man wirklich fürs Leben benötigt. Nur Geld riskieren, das man für, ich sag mal, Spiele auf die Seite nimmt. Also es soll wirklich ein spielerisches Geschehen hier sein. Kein Druck dahinter und so weiter und so fort. Das ist mal ganz wichtig, das ist die erste Regel. Also erstens, lege ein monatliches Budget fest. Wie bei allen Investments kommt es darauf an, wie viel du bereit bist zu investieren und dabei auch riskieren willst zu verlieren. Achtung, man kann damit wirklich alles verlieren. 100 Prozent. Ganz egal, was man macht. Auch beim Bitcoin. Man ist nie davor gefeit, sein Geld zu verlieren. Dessen müsst ihr euch immer bewusst sein. Deswegen Achtung, was ihr macht. Wenn du mehr Geld in den Kryptomarkt gibst, dann kannst du letztlich auch mehr Rendite machen. Schon klar. Wenn du monatlich 10.000 Euro in Kryptowährungen investiert hast, kannst du damit auch schneller reich werden. Logisch. Bei 10 Euro im Monat brauchst du viel Geduld, eine Menge Glück, um viel Geld zu verdienen. Lege jedoch vorher ein monatliches Budget für dich fest. Das würde ich euch schon mal raten. Absolut guter Tipp. Zweitens, die grundlegende Strategie beim Investieren. Schaut meine Videos, schaut meinen Livestream, schaut euch die Signale an, die ich euch da immer zeige und versucht die Muster zu verstehen, die Chartmuster zu verstehen und auch das Technische, die technischen Analysen zu verstehen. Und hier dazu noch, du brauchst grundsätzlich eine Strategie zum Investieren in Kryptowährungen. Die bekannteste Strategie ist die Cost Dollar Average. Habe ich euch gestern schon gesagt, sage ich euch heute nicht nochmal. Wenn ihr das wissen möchtet, schaut euch einfach mein Video von gestern an. Ein Klick mehr, würde dem alten Bitte auch gut tun. So, drittens, überlege, in welche Kryptowährungen du investieren willst. Eh klar, genau deswegen bringe ich euch den ganzen Tag, also jeden Tag eigentlich immer wieder die Kryptonews mit den Coins, die momentan wirklich spannend sind, wo es technische Hintergründe gibt, wo Firmen Kooperationen eingeben und 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 und. Genau das sollt ihr euch anschauen. Viertens, sichere deine Kryptowährungen. Sage ich auch immer, Achtung Leute, alles was ihr online macht, ist in Gefahr. Alles was ihr in einer Hardware Wallet macht oder in einer Paper Wallet macht, gibt ja viele Möglichkeiten. Das gehört erst dann richtig euch. Also Achtung, sichere deine Kryptowährungen. Und fünftens, loslegen. Wichtigste Schritt 2023 überhaupt mal erreicht zu werden. Du musst mit dem Investieren anfangen. Müssen tust du gar nichts. Es ist jetzt einzig nur, Leute, einzig nur eine Anleitung dazu oder ein Anreiz dazu, sich die Kryptowährungen vielleicht genauer anzuschauen. Und natürlich, bevor man nicht loslegt, kann nichts passieren. So niedrige Kurse wie im Moment wird es in den nächsten Jahren wohl kaum geben. Das ist immer wieder eine Einschätzung, auch eine Einschätzung von diesem Artikel und auch eine Einschätzung hier von unserem Artikelschreiber Steffen Rathmann. Also kein finanzieller Ratschlag. Ihr müsst natürlich selber wissen, was er tut. Aber mit diesen fünf Punkten ist es schon mal keine schlechte Geschichte. Und dann sind wir schon beim Thema. Naja, jetzt würdet ihr gerne loslegen. Vielleicht vielleicht neu im Markt. Wisst ihr jetzt mal, wie das Ganze gehen könnte. Ja, was sind denn jetzt interessante Kryptowährungen für 2023? Und ich habe es euch schon oft gesagt. Meiner Meinung nach auch nach diesem Artikel Polygon Matic. Warum gleich mit dieser kleinen Überraschung anzufangen? Für alle, die meinen Kanal schon länger schauen, es ist keine Überraschung. Wir wissen es schon. Polygon bzw. der Matic Coin hat bereits im Jahr 2022 eine sehr gute Performance gesehen und ist in die Top 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gestiegen. Dennoch könnte der Matic Coin zu den unterbewerteten Kryptowährungen für das Jahr 2023 gehören. Polygon ist eine Skalierungslösung für die Ethereum Blockchain. Allerdings hat sich Polygon als Multi-Chain-Netzwerk emanzipiert. Immer mehr Entwickler entscheiden sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit und der Verbundenheit mit dem Ethereum-Ökosystem für Polygon bei der Entwicklung von D-Apps. Polygon hat ein starkes Momentum und 2023 sollte das Netzwerk unter damit die Preise weiter wachsen. Und schaut euch auch mein Video an. Ich habe euch eine Preisvorschau gemacht für Polygon für 2023, eine mögliche Preisvorschau. Ich bin jetzt auch nicht der Wunderwuzi aus St. Afghanistan. Nein, nein, ich nehme auch alle Trends, alle makroökonomischen Zustände, Black Swan Events, mögliche. Ich versuche da alles wirklich mit hineinzunehmen, um euch hier vielleicht die Richtung der Preisentwicklung vorauszeichnen zu können. Und da habe ich ein Video gemacht für Polygon Matic. Schaut euch das bitte an. Zweitens der ApeCoin. Ape. Der ApeCoin, das Ökosystem von Bored Ape Yacht Club. Ich bin jetzt nicht so ganz auf den ApeCoin drauf, aber ich bringe es euch trotzdem. Im letzten Bullmarkt flossen Millionen in diesen Yacht Club. Ja, und der Hype um NFTs hat zu einer Explosion an Aufmerksamkeit für die NFT Collection geführt. Nun entsteht ein riesiges Ökosystem, dessen Token der ApeCoin ist. Ich bin ein bisschen verhalten mit diesen NFTs. Ich gebe es zu, Leute. Ich bin jetzt nicht der große Wunderwuzi in den NFT-Bereich. Und der ApeCoin ist eben auch der Coin dieses Ökosystems. Und genau deswegen könnte er interessant werden, wenn NFT 2023 einen Sprung macht. Da ist aber noch viel Arbeit dahinter. Aber natürlich ein Coin, den kann man sich anschauen. Und dann natürlich ein Coin, der hat profitiert von der ganzen Geschichte hier, weil es alles so unsicher ist mit der Online-Geschichte. Das ist der Trust Wallet Token. Achtung, das Trust Wallet ist eine der bekanntesten Software-Wallets auf dem Markt und besticht durch sehr hohe Sicherheitsstandards, sowie mehrstufiger Sicherheitsauthentifizierung und privater Schlüsselspeicherung. Von der Krise der zentralen Kryptobörsen nach dem FTX-Skandal könnte Trust Wallet im 2023er Jahr stark profitieren. Hat jetzt schon teilweise profitiert. Zahlreiche Anleger haben ihre Kryptowährungen immer noch auf zentralen Exchanges liegen. Achtung, ich warne davor. Wir empfehlen zwar immer für die höchste Sicherheit an Hardware Wallet, doch viele Anleger bevorzugen eine einfachere Softwarelösung. Und da ist dieser Token Trust Wallet Token unterbewertet. Und könnte natürlich genau deshalb schön nach oben pumpen. So, wir kommen zur Marktübersicht vom Market Overview. Schönes World Market Overview. Und da sehen wir auch schon, oh, das Total Market Cap geht ein bisschen nach unten mit 0,08%. Und die Mitkondaminanz geht auch ein bisschen runter mit 0,11%. Liegt jetzt genau bei 39%. Top Coins, 24 Stunden. Hive. Der Hive Token geht nach oben mit 25%. SunEye mit 11%. Nexo. TVT, da ist er, der Trust Wallet Token, Platz 4. Na also. Und der Tone Coin geht auch nach oben. Also, das sind die Top Coins. Und dann haben wir die Loser hier. Das ist Magic, Kava, KSM, LSK und ICP. Da habe ich auch einen Artikel mal drüber rausgehauen. ICP. So, liebe Freunde. Und jetzt möchte ich die Zeit noch nutzen. Ich habe es durchgepeitscht in 15 Minuten. Ich möchte noch eines mit euch machen. Und zwar möchte ich mir den Bitcoin ganz kurz anschauen. Mache ich immer. Ja, ich weiß, aber heute ganz besonders. Ich möchte euch heute nämlich diesen Chart zeigen. Der geht von 2011 bis jetzt. Und wenn wir uns diesen Chart so ansehen, so fällt mir eines dabei auf, wenn ich jetzt eine Arc, also einen Bogen, ein geometrischer Bogen hier zeichne, von unten, vom tiefsten Punkt bis hier zu dem Punkt und den mittleren Punkt dann nach oben ziehe, dann kann ich mir mit diesem Arc einen schönen Bogen zeichnen. Ich muss mir nur die tiefsten Punkte daraus suchen. Hier muss ich genau den Punkt daraus suchen. Hier den Punkt muss ich mir auch genau daraus suchen. So, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich vom tiefsten Punkt da unten. Er ist nicht wunderbar. Eigentlich so. Und eigentlich so. Dann habe ich den dabei. Dann habe ich den Bereich dabei. Jetzt habe ich aber den Bereich nicht dabei. Muss ich noch ein bisschen genauer machen, das Ganze. Er muss nämlich da noch runterkommen. Das soll nicht so sein, wie ich mir das vorstelle. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Ich habe den Bogen schon so verhunzt. Ich versuche ihn nochmal zu machen, von unten nach oben und gebe den hier nach oben. Und zwar so in etwa. Wir machen es mal so, ohne jetzt eine größere Geschichte daraus zu machen. Denn da sehen wir nämlich folgendes. Wir sind jetzt bei diesem Aufwärtsbogen, wenn man den so schön zeichnen, so ziemlich gut noch immer unterwegs. Mal einen Spike nach unten hier gehabt. Und hier oben kommen wir jetzt langsam, aber sicher, und das wollte ich euch eigentlich zeigen, zu diesem Langzeitsupport, denn wir nur einmal hier mit Wochenchart, wir sind im Wochenchart, Freunde, denn wir nur einmal hier mit einem Spike nach unten durchbrochen haben, aber nicht bestätigt. Und das ist die Geschichte, die mich momentan noch ein bisschen positiv stimmen lässt. Könnte das sein, von der technischen Geschichte jetzt her, dass wir diesen schönen Langzeitbogen nach oben halten? Ist das die Frage? Oder nicht? Was meint ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare rein. Viele glauben ja, wir gehen jetzt runter auf 10, 14 auf jeden Fall, 15,5 und so weiter und so fort. Aber könnte dieser Langzeitsupport, dieser Bogen halten? Das ist echt die große Frage. Und dann haben wir noch das EMA Ribbon. Das sehen wir auch noch dazu, wenn wir schon im Wochenchart drinnen sind. Und da sehen wir jetzt ganz gut, okay, folgende Geschichte. Wir sind unterm Ribbon-Band, letzte Linie 19,5. Da könnten wir jederzeit mal wieder hochspiken. Wir sind unter der EMA 200, 25,2. Großer Widerstand. Und wir sind über dem Bogen hier. Genau bei dem Punkt sind wir jetzt. Und da feiten wir im Wochenchart gerade richtig sowas von ab. Was haben wir noch hier beim MACD? Der ist nach wie vor Bullish. Schaut mal. Die grünen Balken hier sind jetzt nicht gerade großartig, nach am oben gehen, aber sie sind grün. Die blaue Linie ist auch noch da. Es ist soweit eigentlich alles gut, wenn wir uns das hier so anschauen. Und dann kommen wir gleich mal zur Price Prediction. Natürlich schauen wir da mal rein. Bitcoin fünf Tage. Naja, nicht so berauschend. Hoch auf 17. Dann wieder runter. Monatsprediction. Einmal kurz runtergespiked auf 15,6. Dann nach oben auf die 18,8. Die 3-Monatsprediction sagt uns langsam, aber stetig, wir gehen nach oben. Aber dann soll die Klatsche kommen. Die 6-Monatsprediction. Katastrophe 11.000 hatten wir jetzt schon länger nicht mehr hier. Und die Jahresprediction 35.000. Da waren es gestern noch 40.000. So viel zu Coin Codex. Und wenn wir da ein bisschen nach unten gehen weiter. Technisch Bullish Nummer 7%. Bearish 93%. Und was seht ihr hier? Bei diesem ganz wichtigen RSI hier. RSI 14. Erstens mal da unten ist der RSI. Wir sind in der Mitte irgendwo unterwegs. Nicht überkauft, nicht überverkauft. Eher im unteren Bereich bei 42 Punkten. Aber schaut mal das hier an. Das hier ist diese grüne Linie. Das ist die 50er MA Durchschnittslinie. Und da ist gerade der richtige Kampf. Wir schaffen es einfach nicht drüber. Wir müssten da jetzt einfach mal drüber bei Bitcoin. Das wäre wichtig. Momentan schaut es ja gar nicht mal so gut aus. Wenn wir schon bei Coin Codex sind. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen weiter rein. Wir haben momentan natürlich die Support Levels. Das sind 16.470, 16.419 auf 16.3. Widerstände 16.6, 16.690 und 16.750. Okay, im kleineren Bereich. Und dann haben wir noch hier unten. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein ins Jahr 2023. Was sagt uns das Ganze hier? 20, 24, 25. Achso, 23 hatten wir ja schon. 24. 24 könnte hochgehen bis 114.000. Klingt gut. 25 könnte hochgehen bis 254.000 und 26 bis eine halbe Million. Sind das nicht mal schöne bullische Aussichten? Ist das nicht mal was Tolles? Ja, finde ich schon. Ist mal was Tolles. Nicht vergessen. Wir hatten im Tageschat hier nicht vergessen am 30. Dezember das letzte hier. Einen bullischen Hammer. Bullisch Reversal, dass es hier vielleicht nach oben gehen könnte. Mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit aber nur. Und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Dann noch zum Abschluss hier mein Livestream. Ihr wisst ja, live 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Immer hier. Da seht ihr alles live, alle Signale, alle Kanäle und, und, und. Und da könnt ihr mir natürlich jederzeit auch Fragen stellen, wenn ihr etwas wissen möchtet. Ansonsten, Leute, war es das für heute. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Macht es gut. All das ist natürlich keine finanzielle Beratung. Natürlich nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, 19 Uhr. oder eben auch hier in meinem Livestream. Und das war's. Tschüss und ciao. Euer Bitti. Euer Bitcoin Trading Informant. Ciao, Leute.